Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Der beste Fußballspieler der Welt für mich ist... Messi. Mourinho oder Guardiola? Guardiola. Die schönste Frau der Welt ist... Jessica Alba. Wenn ich auswandere, dann nach... Skandinavien. St. Pauli spielt nächste Saison um... Den Aufstieg. Hamburger Berg oder große Freiheit? Hamburger Berg. Meine größte Schwäche ist... Das ist schwer zu sagen. Ich esse gerne Süßigkeiten. In 10 Jahren bin ich... Hoffentlich kein Student mehr. Der größte Spaßvogel in meiner Mannschaft ist... Marvin Kück. Elbkick TV ist für mich... Eine gute Plattform, um den Amateurfußball zu präsentieren. Weit unter Tarif bezahlt. Mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.